Also klar, das Spiel ist wichtiger für uns als für Sie, denn wir müssen uns selbst und Europa auch zeigen, dass wir immer noch Titelanwärter sind, dass wir große Spiele gewinnen können. Wir wissen, dass das eine große Mannschaft ist, aber jede Mannschaft ist besiegbar und wir werden alles machen, wir werden hart arbeiten, um das beste Ergebnis einzufahren. Und ich hoffe, dass wir so hoch wie möglich gewinnen, das ist zumindest unser Ziel. Ich denke, man sollte realistisch bleiben und wir, die Mannschaft und ich, wir sind nicht so vermessen zu sagen, wir spielen um den Gruppensieg, sondern es geht ums Prestige. Es geht darum, dass wir das Hinspiel vergessen lassen, dass wir eben auf der europäischen Bühne in der Champions League mit einer Mannschaft auf Orgenhöhe uns bewegen, die im letzten Jahr vielleicht eine halbe Milliarde Euro investiert hat. Das Champions-League-Spiel ist immer richtig besonders für uns alle und gegen so eine Top-Mannschaft freut man sich natürlich noch mal mehr, wenn man richtig gefordert wird. Und ja, mittlerweile denke ich, habe ich das schon jetzt ganz gut aufgenommen, wie das hier beim Bayern zugeht. Und ich bin auf jeden Fall sehr zuversichtlich, dass wir morgen ein gutes Spiel zeigen.